Hallo und herzlich willkommen zu euch, Leute, bei einem neuen Folge von The Walking Dead. Letztens hier stehen geblieben, ich muss gerade meine Zettel wegkommen. Letztens hier stehen geblieben, wir haben die Story mit Bonnie gemacht. Ihr habt entschieden und ihr habt Wyatt entschieden. Der Mantel hat für Wyatt entschieden, für den unrasierten Penner, so wie ich mich im Moment fühle. Er ist eigentlich mein Typ und ich glaube ehrlich, dass Wyatt ziemlich cool wird. Das heißt, der letzte wird dann Shell und Wyatt kommt heute und Shell kommt dann. Ich bin eh im Verzug, nächste Woche Montag. Also jetzt kommt mal Wyatt und ich bin gespannt, weil ich habe echt Bock jetzt auf dieses Spiel. Ich habe heute letzten Tag Pause gemacht, wer jetzt, ich wundere, warum ich noch ein Shirt an habe. Ich habe zwei von denen, die waren im Angebot und ich mag die Farbe. Jetzt geht's los. Tag 41, okay, 41 Tage nach dem Ausbruch, okay, jetzt. Gott, das ist so f***! F***! Was war das? Ich wollte es nicht machen, es war einfach passiert, okay? Okay. Wo warst du mit einer Warnung? Du hast das auf mich jetzt? Ich habe auch nicht gesehen, ich war zu überraschend, dass die Jungs auf uns geschenkt. F***! Hör, die sind hinter uns, was? Hör, die schießt auf uns. Die schießt auf uns, exküßt auf uns, wir können nicht unter uns. Okay, 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 ich nehme sie. Okay, f*** du, b***h, f*** du, b***h. Komm, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Komm her, komm her, komm du p***er. Komm her, don't f*** mit mir. Oh, das war die Lichter. Oh, f***. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, sie sind weg. Sie sind weg. Okay, okay. Rechts rein in den Zumpf, gute Idee. Gute Idee. Okay, wir haben das. Wir haben das, wir haben das, mein Freund. Dort hier. Aber der Zumpf ist doch scheiße. Ich bin nicht ein A**hole, ich bin smart. Keine Lichter, keine, äh, du weißt, sie können uns nicht sehen. Christ, ich kann das Blut in meinem Mund. Ich glaube nicht, es ist mir. Ich kann nicht eine blöde Sache sehen, Mann. Okay, ich will ihn nicht mehr unruhigen. Er ist eh, glaube ich, ziemlich hyper. Okay, wir haben das, okay, okay. Ich habe dich. Was? F***, nein. Du siehst, das eine Manns Augen, Mann? Er ist f***ig gorkt. Ich will nicht diesen Mann in meinem Leben, Wyatt. Du bist voll der Brüffel, die ist duper. Du bist voll der Brüffel in diesem Mann. Ich weiß, Wyatt. Meine Schuhe ist soapet. Es ist, wie, ich, ich... Warum haben sie nicht gesagt, was ich gesagt? Der Mann hat seinen Schein übernommen, das ist alles, was sie haben gesagt. Habt ihr gesagt, dass du den Brüffelst? Ich weiß nicht, ich bin so gefeiert, ich... Ich weiß nicht, ich bin so gefeiert, ich bin... Dammit, schau mal, Wyatt. All ich weiß, ist, dass diese Mannschaft, ich bin... ...jackt, wie ich bin auf der Brüffel, oder so. Ich bin nur auf der Brüffel, du weißt? Okay. Dann habe ich, ich bin, zu sehen, dass die Mannschaft der Mannschaft kommen aus der Brüffelst. Ich bin entschuldig, Mann, ich... Ich habe gerade gegessen. Danke fürs rausholen. Okay, wir danken ihn. War eine gute Entscheidung. Ich habe Angst, dass was passiert. Da kommt doch wer, da kommt doch wer. Mit meinem Pimmel ist so. Erzähl mir nichts von deinem Schwanz. Okay, ich mag über seinen Pimmel reden, sorry. Wirklich? Wollt wir jetzt tragen, der Typ? Stop it, stop it? Ich habe nichts mehr gesehen. Mann, es ist da drin. Schau stärker. Ich sehe es nicht. Was ich sehe, ist die Pimmel, die du letzte Woche verloren hast. Oh mein Gott, wirklich? Aber ist es keine Pimmel? Ich meine, wenn die Polizei kommt, ich würde eher die Person laden. Ich würde eher die Person laden. Ehrlich. Ich würde eher die Person laden. Ehrlich. Ja. Das war ein Tobi. Nein, das hätte er nicht verneint. Das war ein Tobi. Das war ein Tobi. Ich habe es gesehen. Das war ein Tobi. Das war ein Tobi. Ja. 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 Okay. Warum können wir nicht fahren? Okay. Warum fahren wir nicht? Ich meine, das Auto ist eh okay. Oder ist es kaputt? Wenn das hält. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, Leute. Das ist ein Fett, ein Stoppfett. Okay. Das ist ein Zombie. Handschuhfach, ist da noch was drin? Nein. Ich weiß nicht. Man, ich sehe wirklich nichts. Ja, was soll ich machen? Ist das ein Bild aus dem Auto? Ich kann nicht von hier wissen. Ich muss mich nicht rauskommen. Wir müssen wissen, was passiert ist, okay? Das wird nicht helfen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich gehe schon raus, ich gehe schon raus. Schau. Wyatt. Das war ein Zombie. Das war ein Zombie. Ja, das war ein Zombie. Ja, das war ein Zombie. Ich bin ziemlich sicher. Okay. Ich gehe schon mit Tiny Carlos, sicher. Okay. Das war ein Zombie. Okay. Geh raus und was? Find einen Typ und helf ihn. Wer ist du heute Abend? Wenn es ein Typ? Es ist ein Typ. Ich habe ihn gesehen. Das war kein... Das war ein... Ehrlich jetzt? Das ist stupend. Wir gehen raus, wir schauen es aus. Wir gehen und gehen. Okay, wir beide? Wir beide, ja wir beide. Natürlich wir beide. Ich meine, ich weiß nicht. Ich? Ich habe den fucking Mann. Okay, ich gehe. Ich werde gehen, ich werde gehen, ich werde gehen, ich werde gehen, ich werde gehen. Ich werde gehen, Leute. Ich will die Action. Ich will die Action. Okay. Well. Shit. Okay. Ich will gehen. Here, we'll rock, paper, scissor sport. Fuck it, ich will gehen. Ich will gehen. Ich will gehen. Ich will aber gehen. Okay. Just go out there. Ich gehe. I'll go, you pussy. Give me the gun. No, man. Not fair. Ich will gehen. Come on, man. You usually win anyway. Nein, ich will gehen. Forget it. You want to go out there? That's your business. I'll wait right here where it's safe. Ich will aber gehen. Looks like it's me. Ich will gehen, man. Ich will doch gehen, man. Oh, wie unfair. All right. Ich will gehen. Das ist doch scheiße, man. Ich wäre gegangen. Ja gut, dann. Frühe Tal zu Berge. Okay. Beheil dich, man. Eddie. You see something? Ich sehe noch nichts, Eddie. Alles okay. Do you see anything out there? I can't see a goddamn thing. Okay. Here. In case we need to get out of here quick. Okay, danke. Oh, der hat da reingetroffen? Michael Jordan. Ja, wo ist es jetzt? Hey, Wyatt. I ate paint, when I was a kid. Die. Shit, where the hell do they go? It's the smallest hoopty in the world. Ja, wo sind die Schlüssel? Da unten. Die sind doch da unten, oder? Ich glaube, die sind da unten, oder? Hol die Taschenlappe. Hol die Taschenlappe. Oh, ich mache mir Angst um den Tude. Vielleicht, warte mal, was ist hier? Hey, maybe you can see better with that guy on. Oh, was ist mit dir? Ich, oh, lass mich los. Ich liebe dich auch, aber wir können das anders. Das ist der Typ doch. Fahr weg. Fahr. Das ist doch der Typ von den Schwarzen da. Von den Bärbigen, sorry. Ich habe Eddie zurückgelassen. No, zurück, Mann. What the fuck hätte ich tun können? Ich kann ihn doch nur zurücklassen. Leute, ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Auf jeden Fall, Leute. Das war der Typ von Russell, glaube ich. Ich glaube, hat er geheißen. Das war der Typ. What the fuck? Ich glaube, ich habe ihn doch nur zurücklassen können, weil in dem Moment ging nichts anderes. Und ich wollte raus. Auf jeden Fall, Leute, sehr weird. Ich habe jetzt mal, also jetzt kommt noch die Shell und dann ist es vorbei. Leute, aber einfach möchte ich sagen, was ein bisschen weird ist, was mich so ein bisschen, ein bisschen schade ist, so, du baust halt den Kontakt zu den Leuten noch nicht so auf. Und das, was das Spiel macht, was bis jetzt der Vince am besten hinbekommen hat, ist, dass sich das Spiel sofort in eine Situation stößt, die ich aber nicht nachvollziehen kann. Jetzt, sie haben halt die ganze Zeit von irgendeinem Typen geredet, den sie getötet haben, aber das geht mir jetzt nicht so nahe, als wenn ich bei Walking Dead auf einmal bemerke, dass jetzt ein Problem mit der Clementine oder so ist, weil da rast ich aus und hier geht das nicht. Also das macht es ein bisschen schwerer, diese ganzen Sachen nachzuvollziehen. Es ist keine schlechte Story, aber es ist ein bisschen schwerer einfach, finde ich. Es ist sehr cool. Aber, 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 auf jeden Fall, mir gefällt es, Leute. Ich hoffe euch auch. Ich schaue jetzt noch im Internet, ob ich was anderes hätte machen können. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich hätte nur losfahren können. Und ich glaube, dass wenn ich Schere, Stein, Papier gespielt hätte, dass ich immer gewonnen hätte. Glaube ich. Weil Walking Dead, wenn man es ein bisschen bemerkt hat, geht nicht so weit auseinander, wie man denkt. Man hat das Gefühl, man hat einen Fehler gemacht. Aber in Wirklichkeit, muss es eh so gehören. Es ändert sich vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht so heftig wie in Heavy Rain. Aber auf jeden Fall, Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal den Aufmerk. Würde mich freuen, dass es sich für einen wunderschönen Tag. Amnese ist draußen. Neue Folge von Amnese, Smaller's Abuse heute. Also, für uns noch drei, zwei, eins. Tjao. Hier ist auch hier nicht die... Ah! Oh mein Gott, wie ist denn du? Oh, hängst du aus der Axt mit? Bist du der Typ, der das Lagerfeuer macht? Oh, hast du vielleicht kurz Zeit, über Gott und die Welt zu sprechen? Oh, du aber heiligroll! Neue Badekollektion, bist du der Typ? Nein? Okay, dann weiß ich Bescheid. Sorry! Ich bin leicht, überfordert Leute! Oh mein Gott, okay, Teddy, nehm ihn! Nehm ihn! Der hat den Fleischsack am...